Ich weiß ja gar nicht, wo ich wohne. Also, ich bin stinksauer. Ich hab keine Ahnung. Kennt ihr euch da aus mit den Schürzen? Links, rechts, in der Mitte, vorn, hinten? Ich weiß es nicht. Ich als Single bin mir ganz sicher, dass mein Schleifen rechts gehört. Ach so, entspannt. Ist die überblieben? Ist das eine Jungfrau? Ist die verheiratet oder ist sie ihr gar weggestorben? Ja, Mann, fehlt Gott, hab ihn selig. Ich hab mir gedacht, ich hol mir jetzt da eine Fachfrau, das ist die Alex vom Drachten Greif in Rotdach. Ihr erklärt uns das so. Weil jedes Jahr das Gleiche ist. Zum Anfang einmal, wenn man oben anfängt und binden, dann hört man oben auch wieder auf. Wenn man verheiratet ist, binden man es natürlich auf der rechten Seite. Single, wenn du bist, bindst die Schleifen auf der linken Seite. Du reißt die mal um, weil bei der Witwe ist die Schleifen hinten. Ah, Jungfrau, da bindst die Schleifen in der Mitte. Aber schau, dass das vernünftig ausschaut immer, gell? Weil sonst bleibt das so mit der Jungfrau. Super, cool. Wo kannst du das Blut einschleifen? Da muss ich nicht drüber nachdenken. So, und jetzt kämen wir uns aus und wissen, wen wir anklagen dürfen. Also, auf geht's, packen wir es aufs Oktoberfest auf eine zarte Wissen. Scheduling und jetzt könnte jetzt They tune in und merkeischt weg. Also, auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020